Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Chris Alther. Herzlich Willkommen wieder bei eurem Lieblings-Podcast. Heute wieder im beschaulichen Podcast-Studio und wir sind ja ein Podcast fürs Herz und auch fürs Auge, kann man eigentlich sagen. Ihr hört uns, aber wir sitzen hier in gemütlicher Runde. Heute bei mir wieder die Ann-Kathrin und unser großartiger Gast, der Chris Alther. Wir haben Kerzenschein, wir haben wieder jede Menge Sachen zum Essen. Also wenn ihr vielleicht gerade aufgestanden seid, frühstückt oder Abend esst oder beim Sport vielleicht seid, wir lassen es uns hier gerade richtig gut gehen mit veganen Leckereien. Und unser heutiger Gast ist insofern besonders, jeder Gast von uns ist besonders, aber unser heutiger Gast ist insofern besonders, weil er mit seinen 25 jungen Jahren sich für einen Weg entschieden hat. Ich skizziere ihn ganz kurz für euch. Chris Alther, Schweizer. 25 Jahre jung, ein Konstrukteur, der seit vielen, vielen Jahren im Spitzensport tätig ist. Als Profischütze. Luftgewehr, Kleinkaliber, hat sich da Medaillen schon verdient und hat den Blick Richtung Paris schon gehabt. 2024 die Olympiade und hat aber am Ende gesagt, nee, Freunde der Nacht, mit uns geht es den Bach runter in der Welt. Ich tausche Gewehr gegen Aktivismus. Herzlich willkommen, lieber Chris. Schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass ich dir auf Gast ziehe. Sehr gerne. Chris, wir starten unsere Folgen obligatorisch mit einer Entweder-oder-Fragenrunde, bevor wir in die Hard-Facts einsteigen. Entweder-oder sieht für alle neu dazugekommenen in unserem Podcast so aus, dass wir dir jetzt, also ich stelle dir Fragen, Entweder-oder, du aus dem Bauch heraus ad hoc die Antwort quasi darauf gibst. Alles klar. Okay, wir starten. Schnee oder Sonne? Sonne. Gabalier oder Moneyboy? Oh, weder noch, bitte nicht. Wenn du wählen müsstest? Gabalier. Hätte ich nicht erwartet. Optimismus oder Pessimismus? Definitiv Optimismus. Zehn Jahre zurück oder zehn Jahre vor? Zehn Jahre vor. Tomatensauce oder Kartoffelsalat? Tomatensauce. Mir gefällt die Rote Farbe. Es gefallen vielen gerade rote Farben und wir sehen die auch gerade überall. Also Thema Tomatensauce ist allgegenwärtig. Menschen, die sich am Boden festkleben mit Sekundenkleber. Viele Menschen, die sich darüber aufregen, dass sich andere am Boden festkleben und nicht zur Arbeit können, Rettungswegen womöglich blockiert werden etc. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Kritik an diesen Menschen, die vermeintlich arbeitslos, verzogene Junge sind, die eigentlich eingesperrt gehören oder mal richtig arbeiten gehen sollen. Jetzt hat dich dein Weg vom Spitzensport weg vom Olympiatraum, also zum Aktivismus hinbegeben. Bist du so ein verzogener, junger Schweizer, der eigentlich eingesperrt gehört und arbeitslos ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Bürger, der sich Sorgen macht um seine Zukunft und um die von seinen Mitmenschen. Und ich würde eigentlich sehr gerne gerade zuerst mal mit den Vorurteilen gerne aufräumen, die immer wieder kommen. Zum einen mal bin ich nicht arbeitslos und das sind die wenigsten von unserer Bewegung eigentlich gar keine, weil wir müssen ja alle von irgendetwas leben. Wir haben alle unsere Jobs und zum anderen ist es halt so, dass wir ganz sicher keinen Rettungsweg blockieren. Wir sorgen immer dafür, dass Rettungsgassen vorhanden sind und das ist uns auch extrem wichtig. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel können bei den Bewegungen, die ich dabei bin, immer durchgelassen werden. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss sich auch immer ein bisschen fragen, wieso wir zu diesen Mittel greifen. Und ich bin ganz froh, dass ich auch die Chance bekomme, um das zu erklären. Es kommt vor allem von dort her, weil alle anderen Mittel, die bis jetzt probiert worden sind, einfach nicht funktioniert haben. Sie haben einfach nicht gegriffen. Und darum wählen wir da Mittel, die wir gewählt haben. Ist das schon, das klingt schon fast schon wie ein Totschlag-Argument für all jene, die nämlich sagen, diese jungen Leute, jetzt beschmieren die da Kunst. Verunstalten Kunst. Kleben sich auch noch fest. Ich habe übrigens geschaut, dass unser Gast heute keinen Klebstoff mit dabei hat und sich hier bei uns festgeklebt. Hast du dich schon mal irgendwo festgeklebt? Ja. Auch schon geklebt? Wie war das? Ja, wir haben uns im Sommer an einem Tisch angeklebt, wo wir vor dem Landtagsgebäude in Bregenz aufgestellt haben. Wir wollten dort mit PolitikerInnen reden. Wir haben schon vermehrt das Gespräch gesucht. Es interessiert sich meistens niemand dafür. Darum haben wir uns entschieden, uns anzukleben, weil es dann einfach schwieriger ist, uns kurzfristig dort wegzubringen. Und wir haben selbstverständlich niemandem etwas zu leid getan. Die PolitikerInnen konnten einfach um den Tisch herumlaufen. Das haben die meisten auch gemacht, weil sie haben sich auch dann nicht für uns interessiert. Aber wir haben es erreicht, dass wir bis zum Start der Sitzung dort bleiben konnten. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir einfach dort hin gestanden wären. Weil dann hat man euch vorher schon abgeführt, oder wie? Dann hat man uns wahrscheinlich wegbefördert, viel schneller. Und es ist auch nicht so, dass ich das gerne mache. Ich mache das nicht, weil es mir Spass macht. Auch irgendwelche Strassenblockaden, die wir uns jetzt gemacht haben, wie kürzlich in Feldkirch. Das ist nicht so, dass ich das lässig finde. Es stört mich extrem und es macht mich traurig, dass ich Menschen bei ihrem Alltag stören muss. Aber es gibt einfach keinen anderen Weg. Ich hinterfrage mich selber immer wieder in der Bewegung, wir hinterfragen uns immer wieder, ist das der richtige Weg? Und ich bin mir bis jetzt auch nicht sicher, ob es der richtige Weg ist. Aber alle anderen Ideen, die ich habe, sind entweder schon ausprobiert worden und haben nichts bewirkt, oder sie sind einfach zu brav. Also sie funktionieren nicht. Es sind WissenschaftlerInnen, waren seit 30, 40 Jahren vor der Klimakrise und es bewegt sich nichts. Es sind x Leute auf Demonstrationen gegangen, schon zu Zeiten, als ich noch ein kleiner Junge war und es passiert nichts. Und darum müssen wir den Alltag von Menschen stören, auch wenn wir es nicht gerne machen und auch wenn es nicht etwas ist, das lässig ist. Und wir machen uns auch nicht beliebt, das weiss ich. Und es bringt auch sehr viele Sachen mit sich, die keinen Spass machen. Ich habe selber auch schon eine Nacht in einer Zelle verbracht. Es ist jetzt nicht so mega kuschelig dort, aber es ist einfach der einzige Weg, den ich noch sehe. Johnny Cash übrigens war auch eine Nacht im Gefängnis und ist weltberühmt geworden. Also so schlecht kann eine Nacht im Gefängnis auch nicht sein. Du hast immer von der Bewegung noch gesprochen. Das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Du bist bei Extinction Rebellion, oder? Ist das so ein Hardcore-Verein? Seid ihr der schwarze Block? Wir sind nicht der schwarze Block. Im Gegenteil, bei XR wird sehr, sehr farbig protestiert. Wir schauen auch immer darauf, dass auf unseren Aktionen ganz viel Musik und Farbe ist. Wir versuchen auf eine Art und Weise für unsere Zukunft zu kämpfen, wie wir uns unsere Zukunft auch wünschen. Und das ist friedlich. Es ist immer gewaltfrei. Das ist etwas vom Wichtigsten bei Extinction Rebellion. Es ist Farbe vor. Es ist freundlich. Wir werden auch immer wieder als die Radikalen und Freundlichen bezeichnet. Und genau da würde ich gerne eigentlich Hardcore durch Radikal ersetzen. Weil wenn man sich die Definition von Radikal mal anschaut, dann ist es eigentlich vom Grunde auf, also gründlich und vollständig. Und also ich möchte mich schon gründlich um meine Zukunft kümmern und um mein Überleben. Und ich sehe da eigentlich kein Problem, wenn man mich dann als radikal bezeichnet. Und gerade auch der UN-Generalsekretär, der Antonio Guterres, hat im Frühling nach der Veröffentlichung vom IPCC-Bericht gesagt, dass Klimaaktivisten und Aktivistinnen immer wieder als radikale, gefährliche bezeichnet werden. Aber aus seiner Sicht sind die einzigen wirklich radikalen, gefährlichen sind die Länder und Entscheidungsträger rein, die nach wie vor in fossile Industrie und in fossile Energien investieren. Und ich finde, da bringt es relativ gut auf den Punkt. Jetzt reden wir ja immer, haben viele sicherlich auch schon gehört, von diesem 1,5-Grad-Ziel. Und was ist eigentlich, wenn wir es nicht erreichen? Oder anders gefragt, was passiert bei 1,5-Grad? Ja, bei 1,5-Grad passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Alles, was drüber ist, wird dann sehr ungemütlich. Also wir müssen mit extremen Erntenrückgängen rechnen, wir müssen mit Hungersnöten rechnen, Temperaturanstieg, die Hitzewellen bringen, die tödlich sind für uns. Und der Ganze hat dann schlussendlich auch eine unglaublich grosse, grosse Flucht oder zwungene Flucht zur Folge aus Menschen, vor allem aus dem globalen Süden. Menschen, die praktisch nichts dazu beitragen haben, zu dem Zustand, den wir jetzt haben. Der Fussabdruck vom Kontinent Afrika ist unglaublich klein. Und dort sind die Menschen, die als erstes leiden darunter und die jetzt schon leiden darunter. Also wir spüren die Folge jetzt schon. Und zu diesen 1,5 Grad muss man vielleicht sagen, dass wir jetzt auf dem Weg zu 3 Grad sind. Und das ist halt wirklich einfach nicht mehr lustig. Dazu kommt noch, dass gerade jetzt hier in Österreich eine Vervielfachung von 1,5 bis 2 Mal ist, glaube ich. Das heisst, wir reden dann schlussendlich von 6 Grad Erwärmung, Erhitzung. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht in Meeresnähe sind, weil das Meer da halt ein bisschen abdämpft mit der Erwärmung. Und das heisst halt, dass es uns gerade noch ein bisschen schärfer trefft. Wir werden extreme Türen haben. Und also, um es kurz zu fassen, wir müssen uns halt einfach bewusst werden, es geht um unser Überleben. Und das ist nicht meine Privatmeinung. Das ist nicht, weil ich jetzt finde, wir müssen ein bisschen grüner werden, sondern das sind Mess-Tatsachen. Und es gibt einen wissenschaftlichen Konsens zu dem, was ich hier erzähle. Und der ist bei über 96 Prozent. Das heisst, dass sich 96 Prozent der Studien von den Forschungsarbeiten zum Thema Klimawandel beziehungsweise Klimakrise decken. Und das ist eben auch etwas, was uns vielfach nicht bewusst wird, weil wir dann vielleicht irgendwelche Talkshows schauen und dann sind dort zwei Menschen zu Gast und jemand ist vielleicht Klimaexpertin und jemand ist halt vielleicht gar nicht so ein bisschen relativiert der Ganze so ein bisschen. Und die haben dann 50-50 Redezeit. Und dann erweckt auch den Eindruck bei uns, dass es ja, ja, man kann ja die einen sagen so ein bisschen da und die anderen sagen so ein bisschen da. Aber was man nicht sieht, ist, dass über 96 Prozent von den Fakten hinter dieser Klimaforscherin stecken oder stehen. Und das ist einfach das, was mich auch immer wieder fertig macht, dass wir da noch nicht gecheckt haben, dass wenn wir so weitermachen, dass es um dieses Überleben geht. Da habe ich heute auf Twitter lustigerweise ein Video dazu gesehen, wo jemand gemeint hat, hier mit diesen Gradzahlen und man ihn mit diesen Grad konfrontiert hat, das war jemand von der CSU war das genau, lustigerweise. Das war sicher sehr qualifiziert. Absolut. Und der meinte, ja, ich glaube halt nicht den WissenschaftlerInnen. Das glaube ich heute nicht. So. Ändertal mit so einer Tatsache. Schwierig. Aber wie begeht man dann mit solchen Menschen, die sagen, ja, glaube ich heute nicht. Ist mir wurscht. Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, dass da irgendwann nur noch ein kleiner Teil der Menschheit sein wird, der es nicht glaubt. Und da sehe ich auch ganz klar die Pflicht bei Medien und Politik. Und das ist auch eine von den Forderungen von Extinction Rebellion. Nämlich die erste. Tell the truth. Also, sagen wir uns die Wahrheit. Wo ich selber, ich bin noch nicht so lange bei Extinction Rebellion, wo ich selber im Frühling, wo wir einen Vortrag gehalten haben, einen wissenschaftlichen Vortrag, habe ich selber das erste Mal zugelassen beim ersten Teil und habe für mich so gedacht, wieso sagt mir das niemand? Ich war vorher schon klimainteressiert, sonst wäre ich ja nicht zu dieser Bewegung gekommen. Aber ich habe so gedacht, wieso erzählt mir niemand, wie es in einer drei Grad wärmeren Welt aussieht, was da zur Folge hat. Es werden drei Milliarden Menschen auf dem Planeten auf der Flucht sein, zwungenermassen. Und nicht, weil sie irgendwie da ein bisschen besser ist, sondern weil sie dort einfach nicht mehr leben können. Klimaflüchtling quasi. Ja. Und das ist etwas, was auf uns zukommt und wir handeln nach wie vor nicht. Und ich glaube, dass da vor allem auch daran liegt, weil unsere Politik und auch unsere Medien uns zu wenig informieren. Ich musste mir diese Infos selber holen oder beziehungsweise diesen Amianen getragen worden über Extinction Rebellion. Aber ich habe immer so gedacht, ja, wahrscheinlich trifft es dann so die nächste Generation oder so. Aber so schlimm ist es glaube ich nicht. Und wir schaffen da vielleicht schon noch. Und wir schaffen es vielleicht auch noch. Ja, wir schaffen es vielleicht auch noch. Wir haben Chancen. Aber wir müssen halt jetzt alles in Bewegung setzen, damit wir daran noch begrenzen können. Bitte mal weiter. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt. Ja. Oh Gott, ja. Ja. Aber das ist eh was. Also ich habe bei euch ein bisschen die Social-Media-Kanäle durchgeskippt. Und da gab es einen Satz, der sehr mit mir resoniert hat. Und das war der folgende. Nachhaltigkeit leben reicht nicht aus, wenn das System, in dem du lebst, nicht nachhaltig ist, oder? Weil das heißt ja, ich selbst kann so nachhaltig leben, wie ich möchte. Was wichtig ist und was wir auf jeden Fall alle tun sollten. Aber wenn das System sich nicht umstellt, dann gehen wir trotzdem vor die Hunde, oder? Und das ist jetzt auch meine Frage an dich. Also wer muss denn tätig werden und wie? Also was ist da auch die Rolle der Politik? Und was sind da konkret eure Forderungen? Was muss jetzt gemacht werden? Ja, was im Moment halt viel passiert ist, dass vor allem von Seiten der Politik auf den individuellen Konsum hingewiesen wird. Man sagt so, ja, wenn alle ein bisschen etwas machen, dann schaffen wir das schon. Und das stimmt halt einfach nicht. Das steht auch im Bericht vom Weltklimarat, wo nicht irgendwelche daher gelaufene Dullis sind, sondern da sind halt wirklich renommierte Forscherinnen, die schreiben, der individuelle Konsum ist fast nicht ausschlaggebend und wir müssen dieses System verändern. Da gibt es eigentlich ganz ein einfaches Beispiel, wo ich auch immer wieder so höre, ja, man soll keine Erdbeere im Winter kaufen, weil dann ist nicht Saison. Und dann heisst es immer so, ja, wenn die Leute hier nicht mehr kaufen, dann sind sie auch nicht mehr in den Läden. Und wir müssen aber, bis wir alle Leute informiert haben, dass nicht Saison von Erdbeeren ist im Winter, müssen wir extrem viel Arbeit leisten, müssen wir extrem viel Gespräche führen und dann müssen sich aber die Leute auch noch dazu entscheiden, um die Erdbeere zu kaufen. Wenn wir aber mit Karnik fünf Leute, die in der Führungsetage von Spau sitzen, reden und die davon überzeugen, wird, um das einfach nicht mehr anzubieten, dann vermisst es niemand. Und da kann man halt eigentlich aufeskalieren. Und da sehe ich die Pflicht der Politik, wo Anreize schaffen sollte, um zum einen den individuellen Konsum zu verändern, aber auch überhaupt das möglich zu machen. Also wenn ich jetzt nachhaltig leben würde und auf meinen individuellen Konsum schauen würde, dann gehe ich in den Laden und verbringe dort eine Stunde, wo ich einfach Zeit mit verbringe, um zu schauen, was kann ich kaufen, was ist regional, was ist saisonal, ich muss alles siebenmal umdrehen. Und da ist mir völlig verständlich, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht machen, weil wir haben alle unsere Prioritäten, wir haben vielleicht Familie, wir haben einen Job, wir haben Freizeitbeschäftigungen, die sind uns vielleicht einfach wichtiger, als sehr viel Zeit dafür zu verbringen, um irgendwie nachhaltig zu leben. Und ja, nachhaltiger Konsum ist wichtig, aber es wird uns nicht aus dieser Krise lösen. Die Krise ist grösser als diese. Ich kann noch so mit den Öffis arbeiten gehen, wenn wenn nachher Megaprojekte wie das 18 oder die Tunnelspinne da jetzt auf den Vorarlberg bezogen, für x Millionen, also eigentlich Milliardengrenzen knacken, jetzt noch gebaut werden, anstelle vom Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel oder anstelle von Radweg, dann ist meine Einzelentscheidung viel zu wenig wert. Ja. Und da sehe ich ganz klar die Pflicht der Politik und da ist wiederum halt nicht meine persönliche Meinung, sondern das sind die Fakten. Wir brauchen eine Veränderung. Im IPCC-Bericht steht auch drin, dass wir vielleicht überdenken sollten, um den Wachstum oder das Streben nach Wachstum, das wir mit dem BIP haben, einmal überdenken. Weil dort ist auch ganz vieles nicht eingerechnet, beziehungsweise wenn es jetzt zum Beispiel ein Extremwetter gibt und wir da alle Kälte auspumpen müssen, dann generiert das eigentlich Wert für das BIP. Und wenn irgendwo Trinkwasser verschmutzt wird von einem Unternehmen, der mit dem, dass sie es verschmutzt, ganz viel Geld verdient, dann ist das positiv für das BIP. Und dann muss dann auch jemand klären, das Wasser, damit es wieder trinkbar ist. Und das ist dann wiederum positiv für das BIP. Und das sind halt so Sachen, wo wir uns hinterfragen und überdenken müssen. Und für das braucht es halt vor allem die EntscheidungsträgerInnen, weil die viel grössere Hebel haben, die sie bewegen können. Das macht absolut Sinn, weil klar, also ein Beispiel jetzt aus dem Tierschutz, wo ich jetzt her bin, thematisch, da gab es ja auch Umfragen, okay, würdet ihr eh lieber vielleicht Freilandeier kaufen statt Käfigeier? Und da haben 90 Prozent der Menschen gesagt, na Käfigeier, das wollen wir nicht kaufen. Natürlich nicht, aber die gab es halt trotzdem im Laden und 60 Prozent haben es gekauft, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und dann waren die Käfigeier raus aus dem Supermarkt und keiner hat geweint drum. Ja. Also es ist dann einfach erledigt. Dann gibt es einfach das Schlimmste nicht mehr. Und dann muss man einfach Fakten schaffen. Also wie du sagst, das ist einfach, also hoffentlich einfacher fünf Leute in der Führungsetage umzustimmen als ein paar Millionen Menschen, oder? Und dann muss man einfach auch langsam mal Fakten schaffen hier. Aber wie ist denn das eigentlich? Also wer in der Gesellschaft trägt eigentlich am meisten zum CO2-Anstieg bei? Also wer sind da so die grossen Player, wenn jetzt mein persönlicher nachhaltiger Haushalt nicht so viel ausmacht? Es gibt Studien, eine ist gerade kürzlich rausgekommen, die zeigen, dass die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung für knapp 50 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Heftig. Ja, das ist ziemlich krass. Und das hat auch mein Denken sehr verändert und hat mich eben eigentlich dazu gebracht, um nicht mehr stundenweise im Laden zu verbringen, um jetzt irgendwie nachhaltig leben, sondern aktiv werden und Druck auf Politik probieren auszuüben. Und um das geht es bei unseren Aktionen. Wir wollen nicht den Autofahrer oder die Autofahrerin stören, damit sie nächstes Mal mit dem Velo gehen. Das ist nicht unsere Idee dahinter, sondern wir wollen Druck auf die Politik auszuüben, damit sie endlich handeln. Du nimmst mir nicht mein Auto weg? Nein, ich habe niemanden vor, um sein Auto wegzunehmen. Nein, dachte ich immer, dass es ihr macht. Irgendwann kommt ihr und sagt, Bernd, dein Auto ist jetzt weg. Zack, eingezogen. Nein? Das wird nicht passieren, nein. Okay. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass wir da zusammen angehen. Und es zeigt auch, das beste Beispiel ist für mich der Klimarat, der in Österreich war, aber vor einem Jahr auch in Vorarlberg. Um da vielleicht kurz zu erklären, was das Prinzip dahinter ist, werden Menschen in einem Rat gelöst, aus ganz verschiedenen Bevölkerungs- und Altersschichten von einem Land und die beraten nachher über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Klima. Und die werden dann zuerst informiert von unabhängigen Experten und Expertinnen zu dem Thema und dazu, was Potenzial wäre. Und nachher schaffen sie Forderungen aus und dann abstimmen und übergeben sie leider nicht rechtlich verbindlich an die Politik. Und die Politik muss dann eigentlich nur noch umsetzen, was die Bürgerinnen-Räte bestimmen haben. Und die Bürgerinnen-Räte, also die Leute, die in dem Rat sind, die sind zufällig gelöst und das heisst, sie sind eigentlich nicht darauf angewiesen, dass sie wieder gewählt werden. Das heisst, sie müssen niemandem gefallen. Sie müssen nur anhand von ihrem Wissen, das sie bekommen haben von den Experten und Expertinnen, können sie frei entscheiden, was ist das Beste von unserer Zukunft. Und die beiden Räte in Österreich und Vorarlberg haben halt gezeigt, und ich muss ehrlich sagen, ich habe fast angefangen zu brüllen, als ich das Ergebnisdokument angeschaut habe, weil es so schön ist. Es ist so schön, zu sehen, zu wie viel Klimaschutz die Menschen bereit sind. Freiwillig. Nicht, weil man sie irgendwie gesungen hat oder weil man ein Gesetz erlassen hat, sondern sie fordern nach Gesetz und sie fordern nach Veränderung, wenn man sie vernünftig informiert. Und das war für mich so ein mega krasser Moment, um zu sehen, hey, wir müssen einfach mit den Menschen reden, und es ist eine Frage von Kommunikation. Und wenn wir uns mal bewusst sind, wer das wirklich die krass grossen Player sind in dem Ganzen, dann wird uns vielleicht auch klar, dass gewisse Leute dann auf die Strasse gehen und ihre Energie besser dort investieren. Man wird immer wieder so gesagt, ja, machen wir jetzt auch nicht madig, ich gehe doch immer braves Licht löschen und ich gehe immer schön mit dem Velo einkaufen und so. Hey, das ist mega gut und ich möchte alle dazu motivieren, um das zu machen, aber es ändert nichts. Wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir auf die Strasse und dann müssen wir Druck ausüben. Und ich werde immer wieder auch so gefragt, ja, glaubst du noch daran, dass wir es schaffen können? Und ich glaube in meinem tiefsten Inneren daran, dass wir es schaffen können. Aber nur dann, wenn vor allem auch die Menschen, die verstanden haben, es gibt da ein Problem und wir müssen da angehen, und das sind recht viele, wenn die merken, was wir bewegen können, wenn wir uns zusammentun und zusammen den Leuten sagen, die die Entscheidungen treffen, hey, wir wollen die Entscheidung. Und das können wir halt machen, indem wir aktiv werden. Und mir ist es egal, ob das bei Extinction Rebellion ist oder bei irgendwelchen anderen Organisationen. Ich muss mein Ego nicht stärken oder das von Extinction Rebellion. Hauptsache ist, wir werden aktiv und wir zeigen, dass wir etwas machen müssen. Absolut. Also wenn du mit 25 auch nicht mehr daran glauben würdest, dass wir noch eine Zukunft haben, dann müsste jetzt sowieso jeder den Podcast abschalten, sich in die Ecke setzen und weinen und irgendwie ein Kerzchen anzünden und hoffen, dass es schnell vorbei ist, oder? Ja. Aber ich finde die Frage grundsätzlich spannend. Glaubt man wirklich noch daran, dass wir dieses Ruder noch rumreissen? Ja, ich glaube, dass viele Leute schon aufgegeben haben. Also ich höre das auch immer wieder. Ich habe meine ehemalige Mitbewohnerin zu mir gesagt, als ich von meinem Rücktritt erzählt habe, ja, du hast ja schon recht, aber ich glaube, es ist eh schon zu spät. Und so würde ich nicht leben. Also ich würde nicht aufgehen. Da habe ich im Sport nicht gemacht und da würde ich auch, wenn es um meine Zukunft geht, nicht. Wie ist das eigentlich passiert, dass du da zurückgetreten müsstest? Magst du da noch etwas dazu erzählen? Mhm. Es war so ein bisschen ein Prozess, wo ich mich halt mehr mit der Klimakrise beschäftigt habe. Und sich immer mehr das, was ich gemacht habe, angefangen hat, falsch anzufühlen. Es hat sich sehr egoistisch angefühlt, um täglich ganz viele Stunden dafür investieren, meine eigenen persönlichen Ziele zu erreichen und meinen Träumen nachzujagen, währenddessen gleichzeitig andere Menschen nur davon träumen, genug zu essen und zu trinken zu haben. Und das hat bei mir etwas angestossen, wo ich zunehmend einfach gemerkt habe, ja, ich würde meine Zeit dafür investieren, etwas zu verbessern. Ich würde meine Zeit dafür investieren, für unsere Zukunft zu kämpfen. Und ich konnte das alles nicht mehr ignorieren. Alle diese Fakten. Ich war zum Teil am Trainieren und habe gemerkt, währenddem ich jetzt gerade das mache, leiden die Leute. Ihr Eingang meiner Leidenschaft nahe und andere leiden. Und ich konnte das nicht mehr mit mir vereinbaren. Weil das hat für mich einfach nicht mehr gestimmt. Und ich glaube, ich bin ein relativ konsequenter Mensch. Und ich habe dann relativ konsequent entschieden oder entscheiden müssen, dass ich meine Ziele auch nicht erreichen werde, solange ich von diesen negativen Gefühlen begleitet werde. Und ich habe dann eine Zeit lang eigentlich Spitzensport parallel mit Aktivismus gemacht. Und habe gemerkt, dass mich der Aktivismus stärkt und dass man da ein gutes Gefühl gibt. Und dass man da Motivation und auch irgendwo ein bisschen Hoffnung und Zuversicht gibt, dass wir da noch arbeiten können. Und dann habe ich mich entschieden, meinen Traum aufzugeben. Was sehr, sehr emotional war. Und ich habe die letzten sieben, acht Jahre für das gelebt. Ich habe ganz viele Sachen aufgegeben für da. Ich habe alles dem untergeordnet und habe dann irgendwann entschieden, ja, da ist es jetzt gewesen. Und als ich dann gemerkt habe, dass es da wirklich gewesen ist, ist es dann schon einmal krass gewesen für mich, da wirklich durchzuziehen. Aber es fühlt sich jetzt irgendwie richtig an, weil ich das Gefühl habe, ich mache etwas, das sinnstiftend ist. Und ich mache etwas, das anderen Menschen oder auch grundsätzlich unserem Planeten hilft. Ja. Alles hat seine Zeit. Wir leben ja in diesem menschlichen Sieben-Jahres-Rhythmus auch. Also wenn du sieben, acht Jahre sagst, dann hast du sieben, acht Jahre großartig und ambitioniert verbracht und auch sehr sinnstiftend. Aber der Mensch erneuert sich ja so alle sieben Jahre, häutet sich quasi so seelisch ein bisschen. Und jetzt hast du einfach eine neue Berufung für dich entdeckt. Und dafür kann man ja nur Danke sagen, dass du unserem Planeten, den es ja nur einmal schließlich gibt, eine Zukunft geben möchtest. Also von dem her sicherlich eine gute Häutung, eine seelische. Wir sind ja ein sehr transparenter Podcast. Wenn wir diesen Podcast hier aufzeichnen, dann war letzten Sonntag der 6. November. Und da hat die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten gestartet. Und Politik ist also schwierig. Wir haben schon darüber gesprochen. Es hängt an den Entscheidungsträgern. Wenn man mich persönlich fragt, ich glaube ja, dass irgendwelche Echsenmenschen uns regieren. Oh je. Kommt der manchmal so vor. Stimmt. Nein. Wo bin ich hier gelandet? Scherz. Scherz. Keine Reptiloiden. Die Erde ist aber trotzdem flach. Nein. Gebt mir Beweise, dass es anders ist. Setz dich ins Flugzeug. Nein, das ist klimaschädlich. Kurzstreckenflüge. Däm. Schlecht. Aber einmal noch, die gerade keine Ahnung sehen, bevor sie untergehen, oder? Ja. So nach dem Motto. Also, da sitzen also wieder Leute zusammen. Die reden ganz viel. Jetzt setzt du dich dafür ein. Und hast du auch schon darüber gesprochen, dass es um Kommunikation geht. Politik müsste es eigentlich schaffen, so mit uns zu kommunizieren, dass wir es tatsächlich ernst nehmen. Vielleicht müsste, also Schwarzenegger setzt sich ja schon fürs Klima ein. Vielleicht müssten mehr solche, wenn Dwayne The Rock Johnson das vielleicht tun würde. Ich glaube, der könnte ja vielleicht irgendwann Präsident werden von den USA, wenn nicht wieder Trump es wird, der ja wieder sich vielleicht ins Rennen stürzt. Aber ich glaube, die Gesellschaft braucht solche Leute manchmal. Ich glaube, solche Leute, wenn solche Leute so etwas sagen würden, könnte es vielleicht klappen, oder? Interessanterweise, ja. Ich glaube, ich würde da ein bisschen widersprechen. Also, ich bin ja auch überzeugt, dass diese Leute viel bewegen können. Aber es ist halt mega einfach, um die Verantwortung so etwas von sich zu weisen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, aber eine andere Schützin der Schweizer Olympiasiegerin, wenn die das machen würde, die ich jetzt mache, dann würde er ja viel mehr bewegen. Also, muss ich es ja eigentlich nicht machen. Und sie macht es ja auch nicht. Und das ist halt mega einfach, um immer so zu sagen, ja, aber die bei der Politik, die, die jetzt in Ägypten sind, die müssten es machen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe da auch unsere Pflicht. Also, wir müssen auch einstehen für das, was wir wollen. Und wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen, dann müssen wir halt auf die Strasse gehen. Oder wir müssen unsere Stimme irgendwie einsetzen. Wir müssen alle unseren Potenzialbereich. Und ich frage mich immer wieder, wo ist mein Potenzialbereich? Und mein eine war, dass ich nicht mehr so viel Zeit für Spitzensport investiere. Und mein andere ist, dass ich mich dafür für das Klima einsetze. Und ich glaube, wir können uns alle fragen, wo ist mein Potenzialbereich? Jemand anders investiert zum Beispiel viel Geld in Aktien. Und die Person kann sich vielleicht überlegen, wo investiere ich da? Das ist auch ein gewisser Hebel. Und ich glaube, es ist immer einfach, um auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, die hier in Ägypten oder der Rock könnten ja viel mehr bewegen und so. Und das wäre mega gut, wenn die das machen. Ja, fair. Ist mega gut, wenn die das machen. Aber ich kann halt nicht beeinflussen, ob der Rock das macht oder nicht. Ich kann beeinflussen, ob ich das mache. Aber jetzt sprichst du es schon an. Und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Jetzt gehörst du zu diesen Radikalen. Und dann sagt man immer, ja, die Radikalen, die braucht es ja schliesslich auch. Sonst gäbe es keine Veränderung. Es braucht diese Menschen, die sich tatsächlich auf den Asphalt kleben und sich dann mühevoll wieder loslösen lassen. Aber wir, der Otto Normalbürger, das Lieschen Müller, was die so in ihrem, du hast es ja schon so skizziert, die so in ihrem Alltag leben, die einfach morgens um sieben aufstehen, abends um sechs heimkommen und dann einfach die Füße hochlegen wollen und halt ihr Schnitzel essen wollen und einfach, ich will halt einfach so leben, wie ich lebe. Ja, und jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit all dem Zeug. Was könnte, also wie, wie komme ich an die ran, dass die nicht, die wollen vielleicht alle gar nicht auf die Straße, die wollen sich gar nicht festkleben. Wie komme ich an die ran, dass ich es schaffe, dass die Einzelperson das ernst nimmt, dass es abwärts geht? Also was kann ich in meinem Alltag, was kann ich, was würdest du sagen, was sollen die tun? Ich glaube, dass wir auch da, also es klingt jetzt ein bisschen abdroschen, wenn ich immer mit Aktivismus komme, aber wenn die Menschen, die es verstanden haben, und das sind viele, und die Menschen, die wollen, dass sich etwas verändert, das sind auch viele. Wenn die Menschen auf die Strasse gehen und wenn die Druck ausüben auf Politik, dann fangen die Politik und auch die Medien, fangen dann an etwas zu verändern. Und das ist auch eine seine Kommunikation. Und wenn die dann kommen und sagen, Freunde und Freundinnen, wir haben ein Problem, es ist gross, aber wir können es da zusammen anpacken, dann packen wir es auch an. Und dann macht auch das Lieschen Müller mit. Aber das ist ein Generationsproblem, glaube ich. Du bist Gen Z, oder? Du siehst das anders. Es ist auch da wieder reichert. Und die Boomer, die eh aussterben, früher oder später, ist halt so. Und die sind gemütlich. Die haben jetzt 40 Jahre so gelebt und jetzt kommt Gen Z und sagt, es geht mit uns bergab. Es ist auch da natürlich einfach zu sagen, ja, die Jungen sind in der Pflicht. Und ich kann da eigentlich nur auf jemanden bei Extinction Rebellion Vorarlberg verwiesen. Er ist kurz vor der Pension und sagt, wenn ich da so sehe, was jetzt da abgeht und wenn ich sehe, was da für Leute beim Aktivismus sind, dann tut es mir mega leid für die, dass die jetzt sich für ihre Zukunft einsetzen müssen und nicht einfach ein bisschen vor sich herleben, so wie er es gemacht hat in seiner Jugend. Netflix and chill. Ja. Er sagt, er sagt zum Beispiel genau das Gegenteil, was du jetzt gesagt hast, er sagt, meine Generation ist in der Pflicht. Wir haben es verbockt. Ich würde niemandem die Schuld geben, sagt er so zu mir. Ich würde nicht irgendjemanden blamen oder so, sondern es geht mir darum, wir alle können etwas machen. Wenn wir wollen, dann machen wir das. Und es gibt so viele Beispiele und ich bin jetzt eines von diesen Beispielen. Ich habe selber vor zwei Jahren noch jeden Tag Fleisch gegessen und habe mich nicht darum gekümmert. Und selber bin ich jetzt ganz an einem anderen Punkt, weil ich mich damit befasst habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil gewisse Leute in mein Leben gekommen sind, die gewisse Sachen zu mir gesagt haben, die mich verändert haben. sind. Und da hilft mir auch immer wieder zum Verständnis haben mit Menschen, die sagen, ja, lass mich in Ruhe mit dem Klimascheiss. Ja, okay. Ich bin auch mal so ähnlich gewesen. Okay. Ich glaube, das ist das Problem, dass die Gen X und die Boomer das noch dieses typische grünen Bild im Kopf haben. von langhaarigen, no offense, linksgrün versifften Öko-Hippies. Genau. Ich liebe dieses Wort. Genau diesen, die halt, wo, wo, ihr mit euren Windmühlen, wollte ich schon sagen, mit euren Windkraftwerken und tralala und hops, ich glaube, das ist dieses Bild, was da skizziert ist, was jetzt Gen Z, was du mit deinem Aktivismus anders skizzierst, als man das halt. Und ich glaube, wenn es halt, ich könnte mir vorstellen, wenn auf RTL 2 und auf VOX das populärer präsentiert wäre, dann überleben wir es. Ja, ich kann doch vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe, wo ich das erste Mal mit Aktivismus in Kontakt kam. Das war in Oslo, wo ich in Norwegen gelebt habe letzten Sommer. Ich war schon so ein bisschen klimainteressiert und war eigentlich schon auf dem Highway. Und dann bin ich an einer Aktion von XR hingelaufen. Und dann haben die dort eine Kreuzung geblockiert. Und ich habe zuerst gedacht, krass, was machen die? Und die sind ja voll mutig und so. Und ich war eigentlich schon auf dem Highway. Und ich habe mich für vier Stunden nicht von diesem Ort gelöst, weil ich einfach so überwältigt war von dieser positiven Energie und von dem, was sie ausgestrahlt haben. Wir können für unsere Zukunft kämpfen und zwar mit einem Strahlen im Gesicht. Und dann haben sie sich halt dort angekettet. Und ich habe also gedacht, okay, finde ich jetzt schon etwas radikal, was sie jetzt da machen. Und ich habe aber schon eigentlich grundsätzlich verstanden. Sie haben mir dann auch erklärt, wieso sie das machen und so. Aber irgendwie ist dann irgendwann die Polizei gekommen und ich habe also gedacht, hey, aber sie könnten doch jetzt gehen. Sie haben ja jetzt drei Stunden die Kreuzung blockiert. Der Verkehr ist schon lange umgeleitet. Wollen sie dann einfach mit der Polizei reden? Finden sie es einfach lustig, dass sie verhaftet werden? Und dann ist etwas passiert, was meine Gedanken verändert hat. Und zwar ist dann das norwegische Staatsfernsehen auf den Platz gekommen und hat einen Live-Bericht gemacht über diesen Protest. Und logischerweise auch über die Klimakrise, weil das ist ja ein Thema und das ist dann verbunden. Und mit dem, dass sie noch geblieben sind und sich halt verhaftet haben, was für alle Beteiligten nicht so lässig ist, ist, haben sie es geschafft, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn die Medien nicht von sich aus diese Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken, dann müssen wir das halt machen. Und wenn das halt so folgt, dass wir Strassen blockieren, wenn das der einzige Weg ist, dann okay. Wir berichten jeden Tag im Radio die Sportnews. Ja. Das ist so wichtig. Und ich würde nie mit dem Sport schlecht reden. Und ich bin selber sehr, sehr fanatisch und ich verfolge es auch. Und ich finde es auch voll interessant. Aber wieso redet niemand über die Klimakrise? Also es ist jetzt schon sehr am Aufkommen, aber wir müssen uns halt da auch wieder fragen. Wer es unbequem ist, Sport ist viel, da kann ich mich ganz anders aufregen. Wenn ich jeden Tag höre, dass wir kurz vor der Abyss hier stehen und untergehen, dann... Boah, Frühstücksradio. Guten Morgen, meine Lieben. 1,5 Grad Ziel verpasst. Wir gehen in den Untergang. Wie sieht es beim Sport aus? Mensch, Bayern hat wieder gewonnen. Ja, genau. Ja, voll. Aber es muss ja auch nicht sein, guten Morgen, wir haben das 1,5 Grad Ziel verpasst, sondern es kann ja auch mal sein, guten Morgen. Wir sagen, die und die Stadt ist jetzt autofrei und das ist mega angenehm. Und wir haben dort Menschen interviewt, die uns erzählt haben, wie das war. Denk an die Einzelhändler, deren Umsatz untergeht, wenn die Stadt autofrei wird. Ja. Wer denkt an die? Da muss sich jetzt die Architektin einschalten und sagen, genau umgekehrt ist der Fall. Ja, genau. Autofreie Städte ziehen die allermeisten Menschen an, sind angenehm zum Leben, zum Wohnen, zum Einkaufen. Befreite Strassen, von Autos befreit, haben plötzlich Cafés, die sich da rausentwickeln. Es ist ein Traum. Wir müssen auch viel mehr über Chancen reden. Klimaschutz hat so viele Sachen, die lebenswerte Teile wieder zurückbringen. Eben zum Beispiel autofreie Städte, wenn ich durch Dornbirnen laufe, wo jetzt ein relativ ansehnlicher Teil schon autofrei ist. Ich geniesse das voll. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele, wo uns das Leben durch Klimaschutz noch besser gemacht wird. Das ist es ja. Man hat so diesen fahlen Beigeschmack von Verzicht. Oh Gott, dann fallen wir zurück ins Mittelalter. Was dürfen wir denn dann überhaupt? Normal ist alles so schlimm. Aber wie du sagst, nachhaltiges Leben, es wird sogar schöner. Also autofreie Städte, wie du sagst. Und es wird viel lebenswerter, es wird viel einfacher, es wird viel leichter, viel angenehmer. Man muss das so rumformulieren. Make Klimaschutz schöner again. Ja, ganz genau. Und es heisst auch immer wieder so, ja, aber Klimaschutz ist viel zu teuer. Okay. Sollen wir uns mal damit befassen, was die Klimakrise uns kosten wird, wenn wir nichts machen? Das sind ein Vielfaches. Und das merken wir ja jetzt schon. Wir haben jetzt schon viel mehr Extremwetter. Und auch da ist beleidigt. Das ist nicht, weil es zufällig ist oder weil sich das Klima schon immer verändert hat, sondern weil wir das gemacht haben. Das haben wir noch gewartet. Ja, der Punkt. Voll. Und wenn wir anfangen darüber zu reden, was wir alles Schönes machen können mit dem, dann bringen wir auch Glutophysite. Ja. Ja, schön. Gefällt mir. Guter Gedanke. Das ist, was Pure vorhat. Zeigen, dass ein nachhaltiges Leben nicht bedeutet, dass man ein linksgrünversiffter Ökohebi wird, sondern du lebst dein Leben ganz normal weiter. Ja. Man kann ein linksgrünversiffter Ökohebi werden, wenn man das möchte. Sicher. Gut. Wie gesagt, ich liebe dieses Wort. Ich finde es so traumhaft. Also wirklich die Person, die dieses Wort erfunden hat, die gehört mit einer Medaille versehen. Also ich gehe persönlich hin. Ich kann es bis jetzt nur linksgrünversiffter Öko-Spinner. Das ist auch schön. Auch sehr schön. Das ist auch schön. Spinnen ist immer gut. Ja. Ja, damit sind wir schon Richtung Ende unterwegs. Schade. Ja, es ist immer spannend. Gerade mit dir zu plaudern, macht sehr viel Spaß. Was? Jetzt noch ein Whisky? Mal morgen. Mal morgen. Später. Okay. Bernd hat hier seinen The Famous, wie? The Famous Goose. The Famous Goose. 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 Whisky. Aber auch Wasser. In Aqua Veritas. Was habe ich jetzt gestern gehört in irgendeinem anderen Podcast, dass wenn ganz Deutschland beispielsweise nur noch Wasser aus der Leitung trinken würde und nicht gekauft ist, dann wäre die Klimakrise auch schon so gut wie besiegt. So gut wie besiegt. Es ist halt schwierig. Also hier geht es, aber woanders, Stuttgart, da kann man es nicht trinken, weil Wasser aus dem Bodensee und verklort. Ja, und wir sind halt jetzt leider auch da wieder schnell dabei, dass jeder und jede Einzelbitsel etwas machen muss, nämlich das Wasser von der Leitung zu trinken. Hey, come on. Wir haben grössere Hebel in den Händen. Wir könnten zum Beispiel einfach ein Tempolimit einführen. Wir würden unglaublich viel Emissionen sparen. Das wäre eine ganz einfache Massnahme. Ich kann da nicht entscheiden. Ja, okay, ich kann für mich entscheiden, um nur noch 100 zu fahren auf der Autobahn. Aber die Menschen in der Politik, die könnten da entscheiden. 100 ist voll gemütlich im Falle. 100 ist schwierig. Können wir uns auf 130 einigen? 130? 100 ist schon... Können wir uns auf eine lebenswerte Zukunft einigen? 100 ist wirklich sehr, sehr entspannt. Ich fahre seit Länge am 9.100 und ich genieße meine Autofahrten viel mehr. Ich war ja früher auch fanatische Autofahrerin, auch Autoheizerin, deutsche Autobahnbeste. Und dann bin ich draufgekommen, dass mit dem Zugfahren sowas von chillig ist. Du kannst währenddessen ja alles machen. Du kannst hin und her gehen, du kannst aufs Klo gehen, wenn du willst, musst nicht warten. Wann kommt die nächste Raststätte? Oh mein Gott! Und lauter Saison. Und jetzt mit dem Klimaticket. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Und wenn es pünktlich immer wäre. Ja, das ist das deutsche Problem. Und verlässlich wäre. Die ÖBB ist ja wirklich sehr vorteilhaft, muss ich sagen. Also da bin ich absoluter Fan. Also das, das muss ich sagen, ist eine Sache, wo öffentliche Verkehrsmittel großartig, aber du bist abhängig. Total abhängig. Wir müssen halt da das Geld reinstecken statt in Kursstraßenprojekte. Dann läuft es. Wenn wir mal vor 10, 15 Jahren das entschieden hätten und gesagt hätten, so jetzt setzen wir auf Fahrrad, auf Züge, auf Busse, statt auf Flugzeuge und Autos. Günstigere Zugverbindungen, dass es sich rentiert, mit dem Zug zu fahren. Dass ich es mache, dass ich mir nicht dumm vorkomme, wenn ich es mache, sondern dass es cool ist. Fancy eigentlich. Ja, und das ist nach wie vor nicht spart. Du hast jetzt gesagt, wenn wir das vor 10, 50 Jahren entschieden hätten, ja, okay, wir können es auch morgen entscheiden. Und wir können auch morgen den Politiker auf die Füße stehen und sagen, hey, wäre es nicht etwa Zeit? Guter Punkt. Und damit kommen wir zum Ende. Es ist Zeit für die Wordrap-Fragen. Alright. Also auch wieder hier, bitte einfach spontan antworten. Erstens, mein Adlerauge hilft mir weiter bei Beim Verpackungen lesen, um möglichst nachhaltig zu konsumieren. Das stimmt, da braucht man das Kleingedruckte. Zugfahren ist geiler, weil? Weil ich gleichzeitig kann mit dem Laptop arbeiten, weil ich lesen, weil ich Podcasts lasse, zum Beispiel The Pure Podcast. Aktivismus ist ein wichtiger Bestandteil von einer lebendigen Demokratie. Die Gesellschaft sollte mehr Toleranz haben und einfach glücklich sein. Die Klimakonferenz in zehn Jahren braucht es nicht mehr, weil wir denen alles schon im Griff haben. Ach, traumhaft. Das wäre schön. Wir müssen ab und zu eigentlich träumen. Ja, das machen wir. Optimismus und Träume. Das ist ein schöner, schöner Schluss. Aber der Schluss, der wahre Schluss, zumindest bevor es noch an die Factbox geht, wo nochmal alle Links und Fakten zu diesem Podcast aufgeschlossen sind, das wahre Schlusswort gehört vorab aber dir, lieber Chris, der Mann, der sich vom Spitzensport abgewendet hat und hin zum Klimaaktivisten bewegt hat und unseren Kindern eine Zukunft geben möchte und sich selber. Lieber Chris, dein Wort zum Schluss, ein Zitat, gibt es noch, was du uns auf den Weg geben möchtest, dein Wort zum Sonntag, the stage is yours. Ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden, darum erlaube ich mir jetzt zum zwei Sachen nennen, das eine ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist und zwar etwas, wo ich für mich immer wieder denke, ich bin nicht auf dieser Welt, um einfach zu schauen. Und das andere ist etwas, was ich allen mitgeben möchte und das ist, du zählst, was du tust, zählt. Wir haben immer wieder davon gesprochen, dass der individuelle Konsum nicht so wichtig ist und nicht so viel bewegen kann, aber wir alle können etwas bewegen. Wir müssen uns nur fragen, wo und wir müssen uns fragen, ob wir die Chance nutzen wollen. Danke, Chris. Danke für deine Zeit heute, dass du bei uns warst. Alle Infos zu Chris Altea und zu Extinction Rebellion und überhaupt zu dieser Podcast-Ausgabe gibt es natürlich wieder in der Factbox, die ihr unterhalb dieses Podcasts findet. Danke, dass ihr wieder euren Lieblings-Podcast eingeschaltet habt, teilt und liked und verbreitet ihn wie immer. Danke wieder fürs Zuhören. Jetzt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, viel Spaß noch beim Sport, beim Zugfahren, im Auto oder beim Abendessen oder wo auch immer ihr uns gerade noch gehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, 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 bis dahin,